Achtung, möglicherweise wird der Bildungsauftrag in diesem Video nicht erfüllt. Im Wirtshaus zum goldenen Lamm sitzt der Horvath und saubt wie ein Schwamm. Einen Durst hat er wie ein leeres Foss, er bestellt sich gerade die 16. Maß. Auf einmal fängt er an zu trenzen, seine Augen werden immer kleiner und glänzen. Doch bevor er übern Tisch eine schläft, verbrüllt er noch mit letzter Kron. Zwei, drei, vier! Ei, 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 heiz auf, ich führe drei. Bringt's mir gleich ein Bier, ich biet' deng auf die Knie. Ei, 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 heiz auf, ich führe drei. Lass's mir nicht im Stich, ich glaub der Durst, fügt der Lech. Unter einer Straßenlampen liegt der Horvath b's offen auf der Wampen. Sein Quantum war halt 4,5 Promille, das war dem armen Hund ein bissl zu viel. Seine Olde, die hat ihn dann entdeckt. Mit einem Fußdrehen und einem Watschen hat's ihm gelegt. Da kam es erst ein Schnapsrausche erwacht, da schreit er durch die Fenstere noch zwei, drei, vier. Ei, 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 heiz auf, ich führe drei. Bringt's mir gleich ein Bier, ich biet deng auf die Knie. Ei, 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 heiz auf, ich führe drei. Ei, lass's mir nicht im Stich, ich glaub der Durst, fügt der Lech. Ein hoffnungsloser Fall war der Kemens. Sein Leiden heißt Delirium-Dremens. Fünf Entwöhnungskuren hat er schon hinter sich. Zur Finanzierung ging sein Weib auf den Strich. Doch alle Mühen waren vergebens. Des Soffen bleibt der Inhalt seines Lebens. Doch kaum war der Kemens wieder frei. Da hörten man schon sein Geschrei. Zwei, drei, vier. Ei, 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 heiz auf, ich führe drei. Bringt's mir gleich ein Bier, ich biet deng auf die Knie. Ei, 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 heiz auf, ich führe drei. Los, wir nis ich nicht, auf mich bloppt der Durst, fügt der Lech. Sieh-Tal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017